Die Familie mußte nun das Kommandantenhaus räumen, um dem russischen Befehlshaber darin Platz zu machen. Man überlegte anfangs, ob man sich nicht auf die Güter des Kommandanten begeben sollte, wozu die Marquise einen großen Hang hatte. Doch da der Obrist das Landleben nicht liebte, so bezog die Familie ein Haus in der Stadt und richtete sich dasselbe zu einer immerwährenden Wohnung ein. Alles kehrte nun in die alte Ordnung der Dinge zurück. Die Marquise knüpfte den lange unterbrochenen Unterricht ihrer Kinder wieder an und suchte für die Feierstunden ihre Staffelei und Bücher hervor, als sie sich sonst die Göttin der Gesundheit selbst von wiederholten Unpässlichkeiten befallen fühlte, die sie ganze Wochen lang für die Gesellschaft untauglich machten. Sie litt an Übelkeiten, Schwindeln und Ohnmachten und wußte nicht, was sie aus diesem sonderbaren Zustand machen solle. Eines Morgens, da die Familie beim Tee saß und der Vater sich auf einen Augenblick aus dem Zimmer entfernt hatte, sagte die Marquise aus einer langen Gedankenlosigkeit erwachend zu ihrer Mutter, »Wenn mir eine Frau sagte, daß sie ein Gefühl hätte ebenso wie ich jetzt, da ich die Tasse ergriff, so würde ich bei mir denken, daß sie in gesegneten Leibesumständen wäre.« Frau von G. sagte, sie verstände sie nicht. Die Marquise erklärte sich noch einmal, daß sie eben jetzt eine Sensation gehabt hätte, wie damals, als sie mit ihrer zweiten Tochter schwanger war. Frau von G. sagte, sie würde vielleicht den Phantasus gebären und lachte. Morpheus wenigstens, versetze die Marquise, oder einer der Träume aus seinem Gefolge würde der Vater sein und scherzte gleichfalls. Doch der Obrist kam, das Gespräch ward abgebrochen und der ganze Gegenstand, da die Marquise sich in einigen Tagen wieder erholte, vergessen. Bald darauf ward der Familie eben zu einer Zeit, da sich auch der Forstmeister von G. des Kommandanten Sohn in dem Hause eingefunden hatte, der sonderbare Schrecken durch einen Kammerdiener, der ins Zimmer trat, den Grafen F. anmelden zu hören. »Der Graf F.,« sagte der Vater und die Tochter zugleich, und das Erstaunen machte alle sprachlos. Der Kammerdiener versicherte, daß er recht gesehen und gehört habe und daß der Graf schon im Vorzimmer stehe und warte. Der Kommandant sprang sogleich selbst auf, ihm zu öffnen, worauf er, schön wie ein junger Gott, ein wenig bleich im Gesicht eintrat. Nachdem die Szene unbegreiflicher Verwunderung vorüber war und der Graf auf die Anschuldigung der Eltern, daß er ja tot sei, versichert hatte, daß er lebe, wandte er sich mit vieler Rührung im Gesicht zur Tochter, und seine erste Frage war gleich, wie sie sich befinde. Die Marquise versicherte sehr wohl und wollte nur wissen, wie er ins Leben erstanden sei. Doch er, auf seinem Gegenstand beharrend, erwiderte, daß sie ihm nicht die Wahrheit sage, auf ihrem Antlitz drücke sich eine seltsame Mattigkeit aus, ihn müsse alles trügen, oder sie sei unpässlich und leide. Die Marquise, durch die Herzlichkeit, womit er dies vorbrachte, gut gestimmt versetzte, nun ja, diese Mattigkeit, wenn er wolle, könne für die Spur einer Kränklichkeit gelten, an welcher sie vor einigen Wochen gelitten hätte. Sie fürchte inzwischen nicht, daß diese weit davon folgen sein würde, worauf er mit einer aufflammenden Freude erwiderte, er auch nicht, und hinzusetzte, ob sie ihn heiraten wolle. Die Marquise wußte nicht, was sie von dieser Aufführung denken solle. Sie sah über und über rot ihre Mutter und diese mit Verlegenheit den Sohn und den Vater an, während der Graf vor die Marquise trat und indem er ihre Hand nahm, als ob er sie küssen wollte, wiederholte, ob sie ihn verstanden hätte. Der Kommandant sagte, ob er nicht Platz nehmen wolle, und setzte ihm auf eine verbindliche, ob schon etwas ernsthafte Art einen Stuhl hin. Die Obristin sprach, in der Tat, wir werden glauben, daß sie ein Geist sind, bis sie uns werden eröffnet haben, wie sie aus dem Grabe, in welches man sie zu P gelegt hatte, erstanden sind. Der Graf setzte sich, indem er die Hand der Dame fahren ließ, nieder, und sagte, daß er durch die Umstände gezwungen, sich sehr kurz fassen müsse, daß er tödlich durch die Brust geschossen nach P gebracht worden wäre, daß er mehrere Monate da selbst an seinem Leben verzweifelt hätte, daß währenddessen die Frau Marquise sein einziger Gedanke gewesen wäre, daß er die Lust und den Schmerz nicht beschreiben könnte, die sich in dieser Vorstellung umarmt hätten, daß er endlich nach seiner Wiederherstellung wieder zur Armee gegangen wäre, daß er da selbst die lebhafteste Unruhe empfunden hätte, daß er mehrere Male die Feder ergriffen, um in einem Briefe an den Herrn Obristen und die Frau Marquise seinem Herzen Luft zu machen, daß er plötzlich mit Depeschen nach Neapel geschickt worden wäre, daß er nicht wisse, ob er nicht von dort weiter nach Konstantinopel werde abgeordert werden, daß er vielleicht gar nach St. Petersburg werde gehen müssen, daß ihm inzwischen unmöglich wäre, länger zu leben, ohne über eine notwendige Forderung seiner Seele ins Reine zu sein, daß er dem Drang bei seiner Durchreise durch M., einige Schritte zu diesem Zweck zu tun, nicht habe widerstehen können. Kurz, daß er den Wunsch hege, mit der Hand der Marquise beglückt zu werden, und daß er auf das ehrfurchtsvollste, inständigste und dringendste Bitte, sich ihm hierüber gütig zu erklären. Der Kommandant, nach einer langen Pause, erwiderte, daß ihm dieser Antrag zwar, wenn er, wie er nicht zweifle, ernsthaft gemeint sei, sehr schmeichelhaft wäre. Bei dem Tode ihres Gemahls, des Marquis von O., hätte sich seine Tochter aber entschlossen, ihm keine zweite Vermählung einzugehen. Da ihr jedoch kürzlich von ihm eine so große Verbindlichkeit auferlegt worden sei, so wäre es nicht unmöglich, daß ihr Entschluß dadurch, seinen Wünschen gemäß, eine Abänderung erleide. Er bitte sich inzwischen die Erlaubnis für sie aus, darüber im Stillen während einiger Zeit nachdenken zu dürfen. Der Graf versicherte, daß diese gütige Erklärung zwar alle seine Hoffnungen befriedige, daß sie ihn unter anderen Umständen auch völlig beglücken würde, daß er die ganze Unschicklichkeit fühle, sich mit derselben nicht zu beruhigen, daß dringende Verhältnisse jedoch, über welche er sich näher auszulassen, nicht imstande sei, ihm eine bestimmtere Erklärung äußerst wünschenswert machten. Daß die Pferde, die ihn nach Neapel tragen sollten, vor seinem Wagen stünden, und daß er inständig spitte, wenn irgendetwas in diesem Hause günstig für ihn spreche, wobei er die Marquise ansah, ihn nicht ohne eine gütige Äußerung darüber abreisen zu lassen. Der Obrist, durch diese Aufführung ein wenig betreten, antwortete, daß die Dankbarkeit, die die Marquise für ihn empfände, die ihn zwar zu großen Voraussetzungen berechtige, doch nicht zu so großen. Sie werde bei einem Schritte, bei welchem es das Glück ihres Lebens gelte, nicht ohne die gehörige Klugheit verfahren. Es wäre unerlässlich, daß seiner Tochter, bevor sie sich erkläre, das Glück seiner näheren Bekanntschaft würde. Er lade ihn ein, nach Vollendung seiner Geschäftsreise nach M. zurückzukehren und auf einige Zeit der Gast seines Hauses zu sein. Wenn als dann die Marquise hoffen könne, durch ihn glücklich zu werden, so werde auch er, er aber nicht, mit Freuden vernehmen, daß sie ihm eine bestimmte Antwort gegeben habe. Der Graf äußerte, indem ihm eine Röte ins Gesicht stieg, daß er seinen ungeduldigen Wünschen während seiner ganzen Reise dies Schicksal vorausgesagt habe. Daß er sich inzwischen dadurch in die äußerste Bekümmernis gestürzt sehe, daß ihm bei der ungünstigen Rolle, die er eben jetzt zu spielen gezwungen sei, eine nähere Bekanntschaft nicht anders als vorteilhaft sein könne, daß er für seinen Ruf, wenn anders diese zweideutigste aller Eigenschaften in Erwägung gezogen werden solle, einstehen zu dürfen glaube, daß die einzige nichtswürdige Handlung, die er in seinem Leben begangen hätte, der Welt unbekannt und er schon im Begriff sei, sie wieder gut zu machen, daß er mit einem Wort ein ehrlicher Mann sei und die Versicherung anzunehmen bitte, daß diese Versicherung wahrhaftig sei. Der Kommandant erwiderte, indem er ein wenig, ob schon ohne Ironie, lächelte, daß er alle diese Äußerungen unterschreibe. Noch hätte er keines jungen Mannes Bekanntschaft gemacht, der in so kurzer Zeit so viele vortreffliche Eigenschaften des Charakters entwickelt hätte. Er glaube fast, daß eine kurze Bedenkzeit die Unschlüssigkeit, die noch obwahlte, heben würde. Bevor er jedoch Rücksprache genommen hätte, mit seiner sowohl als des Herrn Grafenfamilie, könne keine andere Erklärung als die gegebene erfolgen. Hierauf äußerte der Graf, daß er ohne Eltern und frei sei. Sein Onkel sei der General K., für dessen Einwilligung er stehe. Er setzte hinzu, daß er Herr eines ansehnlichen Vermögens wäre und sich würde entschließen können, Italien zu seinem Vaterlande zu machen. Der Kommandant machte ihm eine verbindliche Verbeugung, erklärte seinen Willen noch einmal und bat ihn, bis nach vollendeter Reise von dieser Sache abzubrechen. Der Graf, nach einer kurzen Pause, in welcher er alle Merkmale der größten Unruhe gegeben hatte, sagte, indem er sich zur Mutter wandte, daß er sein Äußerstes getan hätte, um dieser Geschäftsreise auszuweichen, daß die Schritte, die er deshalb beim General-en-Chef und dem General K., seinem Onkel, gewagt hätte, die entscheidendsten gewesen wären, die sich hätten tun lassen. Daß man aber geglaubt hätte, ihn dadurch aus einer Schwermut aufzurütteln, die ihm von seiner Krankheit noch zurückgeblieben wäre, und daß er sich jetzt völlig dadurch ins Elend gestürzt sehe. Die Familie wußte nicht, was sie zu dieser Äußerung sagen sollte. Der Graf fuhr fort, indem er sich die Stirn rieb, daß, wenn irgend Hoffnung wäre, dem Ziele seiner Wünsche dadurch näher zu kommen, er seine Reise auf einen Tag auch wohl noch etwas darüber aussetzen würde, um es zu versuchen. Hierbei sah er nach der Reihe den Kommandanten, die Marquise und die Mutter an. Der Kommandant blickte missvergnügt vor sich nieder und antwortete ihm nicht. Die Ubristin sagte, »Gehen Sie, gehen Sie, Herr Graf, reisen Sie nach Neapel, schenken Sie uns, wenn Sie wiederkehren, auf einige Zeit das Glück Ihrer Gegenwart, so wird sich das Übrige finden.« Der Graf saß einen Augenblick und schien zu suchen, was er zu tun habe. Drauf, indem er sich erhob und seinen Stuhl wegsetzte, da er die Hoffnungen, sprach er, mit denen er in dies Haus getreten sei, als übereilt erkennen müsse, und die Familie, wie er nicht missbillige, auf eine nähere Bekanntschaft bestehe, so werde er seine Depeschen zu einer anderweitigen Expedition nach Zett in das Hauptquartier zurückschicken und das gütige Anerbieten, der Gast dieses Hauses zu sein, auf einige Wochen annehmen, worauf er noch, den Stuhl in der Hand an der Wand stehend, einen Augenblick verharrte und den Kommandanten ansah. Der Kommandant versetzte, daß es ihm äußerst leid tun würde, wenn die Leidenschaft, die er zu seiner Tochter gefaßt zu haben scheine, ihm Unannehmlichkeiten von der ernsthaftesten Art zuzüge, daß er indessen wissen müsse, was er zu tun und zu lassen habe, die Depeschen abschicken und die für ihn bestimmten Zimmer beziehen möchte. Man sah ihn bei diesen Worten sich entfärben, der Mutter ehrerbietig die Hand küssen, sich gegen die übrigen verneigen und sich entfernen. Als er das Zimmer verlassen hatte, wußte die Familie nicht, was sie aus dieser Erscheinung machen solle. Die Mutter sagte, es wäre wohl nicht möglich, daß er Depeschen, mit denen er nach Neapel ginge, nach Z zurückschicken wolle, bloß weil es ihm nicht gelungen wäre, auf seiner Durchreise durch M in einer fünf Minuten langen Unterredung von einer ihm ganz unbekannten Dame ein Ja-Wort zu erhalten. Der Forstmeister äußerte, daß eine so leichtsinnige Tat ja mit nichts Geringerem als Festungsarrest bestraft werden würde. »Und Kassation oben ein«, setzte der Kommandant hinzu. »Es habe aber damit keine Gefahr«, fuhr er fort. »Es sei ein bloßer Schreckschuss beim Sturm. Er werde sich wohl noch, ehe er die Depeschen abgeschickt, wieder besinnen.« Die Mutter, als sie von dieser Gefahr unterrichtet ward, äußerte die lebhafteste Besorgnis, daß er sie abschicken werde. »Sein heftiger, auf einen Punkt hintreibender Wille«, meinte sie, »scheine ihr gerade einer solchen Tat fähig.« Sie bat den Forstmeister auf das Dringendste, ihm sogleich nachzugehen und ihn von einer so unglückdrohenden Handlung abzuhalten. Der Forstmeister erwiderte, daß ein solcher Schritt gerade das Gegenteil bewirken und ihn nur in der Hoffnung durch seine Kriegslist zu siegen bestärken würde. Die Marquise war derselben Meinung, obschon sie versicherte, daß ohne ihn die Absendung der Depeschen unfehlbar erfolgen würde, indem er lieber werde unglücklich werden, als sich eine Blöße geben wollen. Alle kamen darin überein, daß sein Betragen sehr sonderbar sei und daß er Damenherzen durch Anlauf wie Festungen zu erobern gewohnt scheine. In diesem Augenblick bemerkte der Kommandant den angespannten Wagen des Grafen vor seiner Tür. Er rief die Familie ans Fenster und fragte einen eben eintretenden Bedienten, erstaunt, ob der Graf noch im Hause sei. Der Bediente antwortete, daß er unten in der Domestikenstube in Gesellschaft eines Adjutanten Briefe schreibe und Pakete versiegle. Der Kommandant, der seine Bestürzung unterdrückte, eilte mit dem Forstmeister hinunter und fragte den Grafen, da er ihn auf dazu nicht schicklichen Tischen seine Geschäfte betreiben sah, ob er nicht in seine Zimmer treten wolle und ob er sonst irgendetwas befehle. Der Graf erwiderte, indem er mit Eilfertigkeit fortschrieb, daß er unter Ternix danke und daß sein Geschäft abgemacht sei, fragte noch, indem er den Brief zusiegelte nach der Uhr und wünschte dem Adjutanten, nachdem er ihm das ganze Portfolio übergeben hatte, eine glückliche Reise. Der Kommandant, der seinen Augen nicht traute, sagte, indem der Adjutant zum Hause hinausging, »Herr Graf, wenn Sie nicht sehr wichtige Gründe haben, entscheidende!« fiel ihm der Graf ins Wort, begleitete den Adjutanten zum Wagen und öffnete ihm die Tür. »In diesem Fall würde ich wenigstens,« fuhr der Kommandant fort, »die Depeschen, es ist nicht möglich,« antwortete der Graf, indem er den Adjutanten in den Sitz hob. »Die Depeschen gelten nichts in Neapel ohne mich. Ich habe auch daran gedacht. »Fahr zu!« »Und die Briefe Ihres Herrn Onkels?« rief der Adjutant sich aus der Tür hervorbeugend. »Treffen mich,« erwiderte der Graf, »in M.« »Fahr zu!« sagte der Adjutant und rollte mit dem Wagen dahin. Hierauf fragte der Graf F., indem er sich zum Kommandanten wandte, ob er ihm gefälligst sein Zimmer anweisen lassen wolle. »Er würde gleich selbst die Ehre haben,« antwortete der verwirrte Obrist, rief seinen und des Grafenleuten das Gepäck desselben aufzunehmen und führte ihn in die für Fremdenbesuch bestimmten Gemächer des Hauses, wo er sich ihm mit einem trockenen Gesicht empfahl. Der Graf kleidete sich um, verließ das Haus, um sich bei dem Gouverneur des Platzes zu melden, und für den ganzen weiteren Rest des Tages im Hause unsichtbar, kehrte er erst kurz vor der Abendtafel dahin zurück. Inzwischen war die Familie in der lebhaftesten Unruhe. Der Forstmeister erzählte, wie bestimmt auf einige Vorstellungen des Kommandanten des Grafen Antworten ausgefallen wären, meinte, daß sein Verhalten einem völlig überlegten Schritt ähnlich sehe, und fragte in aller Welt nach den Ursachen einer so auf Kurierpferden gehenden Bewerbung. Der Kommandant sagte, daß er von der Sache nichts verstehe, und forderte die Familie auf, davon weiter nicht in seiner Gegenwart zu sprechen. Die Mutter sah alle Augenblicke aus dem Fenster, ob er nicht kommen, seine leichtsinnige Tat bereuen und wiedergutmachen werde. Endlich, da es finster ward, setzte sie sich zur Marquise nieder, welche mit vieler Emsigkeit an einem Tisch arbeitete und das Gespräch zu vermeiden schien. Sie fragte, sie halblaut, während der Vater auf und nieder ging, ob sie begreife, was aus dieser Sache werden solle. Die Marquise antwortete mit einem schüchtern nach dem Kommandanten gewandten Blick, »Wenn der Vater bewirkt hätte, daß er nach Neapel gereist wäre, so wäre alles gut.« »Nach Neapel«, rief der Kommandant, der dies gehört hatte, »sollte ich den Priester holen lassen?« »Oder hätte ich ihn schließen lassen und arretieren und mit Bewachung nach Neapel schicken sollen?« »Nein«, antwortete die Marquise, »aber lebhafte und eindringliche Vorstellungen tun ihre Wirkung« und sah ein wenig unwillig wieder auf ihre Arbeit nieder. Endlich gegen die Nacht erschien der Graf. Man erwartete nur nach den ersten Höflichkeitsbezeugungen, daß dieser Gegenstand zur Sprache kommen würde, um ihn mit vereinter Kraft zu bestürmen, den Schritt, den er gewagt hatte, wenn es noch möglich sei, wieder zurückzunehmen. Doch vergebens, während der ganzen Abendtafel erharrte man diesen Augenblick. Geflissentlich alles, was darauf führen konnte, vermeidend, unterhielt er den Kommandanten vom Kriege und den Forstmeister von der Jagd. Als er des Gefechts bei P., in welchem er verwundet worden war, erwähnte, verwickelte ihn die Mutter bei der Geschichte seiner Krankheit, fragte ihn, wie es ihm an diesem kleinen Orte ergangen sei und ob er die gehörigen Bequemlichkeiten gefunden hätte. Hierauf erzählte er mehrere durch seine Leidenschaft zur Marquise interessanten Züge, wie sie beständig während seiner Krankheit an seinem Bette gesessen hätte, wie er die Vorstellung von ihr in der Hitze des Wundfiebers immer mit der Vorstellung eines Schwans verwechselt hätte, den er als Knabe auf seines Onkels Gütern gesehen, daß ihm besonders eine Erinnerung rührend gewesen wäre, da er diesen Schwan einst mit Kot beworfen, worauf dieser still untergetaucht und rein aus der Flut wieder emporgekommen sei, daß sie immer auf feurigen Fluten umhergeschwommen wäre und er Tinker gerufen hätte, welches der Name jenes Schwans gewesen, daß er aber nicht imstande gewesen wäre, sie an sich zu locken, in dem sie ihre Freude gehabt hätte, bloß am Rudern und in die Brust sich werfen, versicherte plötzlich blutrot im Gesicht, daß er sie außerordentlich liebe, sah wieder auf seinen Teller nieder und schwieg. Man mußte endlich von der Tafel aufstehen, und da der Graf nach einem kurzen Gespräch mit der Mutter sich sogleich gegen die Gesellschaft verneigte und wieder in sein Zimmer zurückzog, so standen die Mitglieder derselben wieder und wußten nicht, was sie denken sollten. Der Kommandant meinte, man müsse der Sache ihren Lauf lassen. Er rechne wahrscheinlich auf seine Verwandten bei diesem Schritte. Infame Kassation stünde sonst darauf. Frau van G. fragte ihre Tochter, was sie denn von ihm halte, und ob sie sich wohl zu irgendeiner Äußerung, die ein Unglück vermiede würde, verstehen können. Die Marquise antwortete, »Liebste Mutter, das ist nicht möglich. Es tut mir leid, daß meine Dankbarkeit auf eine so harte Probe gestellt wird. Doch es war mein Entschluß, mich nicht wieder zu vermählen. Ich mag mein Glück nicht und nicht so unüberlegt auf ein zweites Spiel setzen.« Der Forstmeister bemerkte, daß wenn dies ihr fester Wille wäre, auch diese Erklärung ihm Nutzen schaffen könne und daß es fast notwendig scheine, ihm irgendeine bestimmte zu geben. Die Obristin versetzte, daß da dieser junge Mann, den so viele außerordentliche Eigenschaften empfohlen, seinen Aufenthalt in Italien nehmen zu wollen, erklärt habe, sein Antrag nach ihrer Meinung einige Rücksicht und der Entschluß der Marquise Prüfung verdiene. Der Forstmeister, indem er sich bei ihr niederließ, fragte, »Wie er ihr denn, was seine Person anbetreffe, gefalle?« Die Marquise antwortete mit einiger Verlegenheit, »Er gefällt und mißfällt mir« und berief sich auf das Gefühl der anderen. Die Obristin sagte, »Wenn er von Neapel zurückkehrt und die Erkundigungen, die wir inzwischen über ihn einziehen können, dem Gesamteindruck, den du von ihm empfangen hast, nicht widersprechen, wie würdest du dich, falls er als dann seinen Antrag wiederholte, erklären. »In diesem Fall«, versetzte die Marquise, »wird ich, da in der Tat seine Wünsche so lebhaft scheinen, diese Wünsche«, sie stockte und ihre Augen glänzten, indem sie dies sagte, »um der Verbindlichkeit willen, die ich ihm schuldig bin, erfüllen.« Die Mutter, die eine zweite Vermählung ihrer Tochter immer gewünscht hatte, hatte Mühe, ihre Freude über diese Erklärung zu verbergen und sann, was sich wohl daraus machen lasse. Der Forstmeister sagte, indem er unruhig vom Sitz wieder aufstand, daß, wenn die Marquise irgend an die Möglichkeit denke, ihn einst mit ihrer Hand zu erfreuen, jetzt gleich notwendig ein Schritt dazu geschehen müsse, um den Folgen seiner rasenden Tat vorzubeugen. Die Mutter war derselben Meinung und behauptete, daß zuletzt das Waagstück nicht allzu groß wäre, indem er bei so vielen vortrefflichen Eigenschaften, die er in jener Nacht, da das Forst von den Russen erstürmt ward, entwickelte, kaum zu fürchten sei, daß sein übriger Lebenswandel ihnen nicht entsprechen sollte. Die Marquise sah mit dem Ausdruck der lebhaftesten Unruhe vor sich nieder. »Man könnte ihm ja«, fuhr die Mutter fort, indem sie ihre Hand ergriff, »etwa eine Erklärung, daß du bis zu seiner Rückkehr von Neapel in keine andere Verbindung eingehen wollest, zukommen lassen.« Die Marquise sagte, »Diese Erklärung, liebste Mutter, kann ich ihm geben. Ich fürchte nur, daß sie ihn nicht beruhigen und uns verwickeln wird.« »Das sei meine Sorge«, erwiderte die Mutter mit lebhafter Freude und sah sich nach dem Kommandanten um. »Lorenzo«, fragte sie, »was meinst du?« und machte Anstalten, sich vom Sitz zu erheben. Der Kommandant, der alles gehört hatte, stand am Fenster, sah auf die Straße hinaus und sagte nichts. Der Forstmeister versicherte, daß er mit dieser unschädlichen Erklärung den Grafen aus dem Hause schaffen, sich anheischig mache. »Nun, so macht, macht, macht«, rief der Vater, indem er sich umkehrte, »ich muß mich diesem Russen schon zum zweiten Mal ergeben.« Hierauf sprang die Mutter auf, küßte ihn und die Tochter und fragte, indem der Vater über ihre Geschäftigkeit lächelte, wie man dem Grafen jetzt diese Erklärung augenblicklich hinterbringen solle. Man beschloss auf den Vorschlag des Forstmeisters, ihn bitten zu lassen, sich, falls er noch nicht entkleidet sei, gefälligst auf einen Augenblick zur Familie zu verfügen. »Er werde gleich die Ehre haben zu erscheinen«, ließ der Graf antworten, und kaum war der Kammerdiener mit dieser Meldung zurück, als er schon selbst mit Schritten, die die Freude pflügelte, ins Zimmer trat und zu den Füßen der Marquise in der allerlebhaftesten Rührung niedersank. Der Kommandant wollte etwas sagen, doch, indem er aufstand, versetzte er wisse genug. Küßte ihm und der Mutter die Hand, umarmte den Bruder und bat nur um die Gefälligkeit, ihm sogleich zu einem Reisewagen zu verhelfen. Die Marquise, obschon von diesem Auftritt bewegt, sagte doch, »Ich fürchte nicht, Herr Graf, daß Ihre rasche Hoffnung Sie zu weit...« »Nichts«, »nichts«, versetzte der Graf, »es ist nichts geschehen, wenn die Erkundigungen, die Sie über mich einziehen mögen, dem Gefühl widersprechen, daß mich zu Ihnen in dies Zimmer zurückberief.« Hierauf umarmte der Kommandant ihn auf das Herzlichste. Der Forstmeister bot ihm sogleich seinen eigenen Reisewagen an. Ein Jäger flog auf die Post, Kurierpferde auf, Prämien zu bestellen, und Freude war bei dieser Abreise wie noch niemals bei einem Empfang. »Er hoffe«, sagte der Graf, »die Depeschen in B einzuholen, von wo er jetzt einen näheren Weg nach Neapel als über M einschlagen würde. In Neapel würde er sein Möglichstes tun, die fernere Geschäftsreise nach Konstantinopel abzulehnen, und da er auf den äußersten Fall entschlossen wäre, sich krank anzugeben, so versicherte er, daß, wenn nicht unvermeidliche Hindernisse ihn abhielten, er in Zeit von vier bis sechs Wochen unfehlbar wieder in M sein würde. Hierauf meldete sein Jäger, daß der Wagen angespannt und alles zur Abreise bereit sei. Der Graf nahm seinen Hut, trat vor die Marquise, und ergriff ihre Hand. »Nun denn«, sprach er, »Julietta, so bin ich einigermaßen beruhigt« und legte seine Hand in die ihrige. »Obschon es mein sehnlichster Wunsch war, mich noch vor meiner Abreise mit Ihnen zu vermählen.« »Vermählen«, riefen alle Mitglieder der Familie aus. »Vermählen«, wiederholte der Graf, küsste der Marquise die Hand und versicherte, da diese fragte, ob er von Sinnen sei, »es würde ein Tag kommen, wo sie ihn verstehen würde.« Die Familie wollte auf ihn böse werden, doch er nahm gleich auf das Wärmste von allen Abschied, bat sie, über diese Äußerung nicht weiter nachzudenken, und reiste ab.